Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen. Ja, hier ist euer Sony Stiles Gaming on StaceyDi und zwar heute live streamen. Ja, wie lange wird, weiß ich noch nicht. Natürlich wird nochmal von der PS4 live streamen ohne Aufnahmeprogramm. Es funktioniert tatsächlich, ich habe es getestet. Viele Leute haben zugeguckt, auch geschrieben. Erstmal eine Stunde gemacht. Also auf PS4 funktioniert live streamen auf Twitch und auf User Streamen. Ihr müsst natürlich auch euch anmelden und so weiter. Kennt ihr der ganze Scheiß. Heute live streamen. Welches Spiel wird ihr sehen? Startet es um 21.30 Uhr. Wer dabei ist, bitte schreibt in den Kommentaren, wer dabei ist. Wäre sehr, sehr nice. Ich muss jetzt auch wieder los. Ich muss mit dem Clan nämlich noch was zocken. Und ja, haut rein. Bis denn euer Sony Stiles Gaming. Wie gesagt, live streamen 21.30 Uhr. Bis denn. Tschüss.